Hey Fugan! Hallo Christian! Hey! Wir machen wieder eine neue Ausgabe der Zombie-Filmschule. Und diesmal sind wir jetzt schon fast an deinem Rechner zu Hause. Aber wir müssen vorher nochmal in die Dreharbeiten reingucken. Das heißt, diese Folge hat zwei Teile. In der ersten Hälfte schauen wir, wie bei den Dreharbeiten die ganzen visuellen Effekte vorbereitet werden. Und dann gucken wir bei dir uns an, wie du das dann am Ende mit diversen Programmen zusammenmauschelst. Wie es dann fast gut aussieht. Genau. Wir sind ja eine kleine Amateurfilmproduktion und dann baut man sich einen Meter hohen Greenscreen. Hallo? Was ist denn das für eine Konstruktion? Mit Stoffen aus dem Skonto. Ich weiß gar nicht, ob es diese Firma heute noch gibt, wo man so Stoffe kaufen kann. Bettlaken. Denn es waren Bettlaken. Es waren jetzt nicht irgendwelche speziellen Stoffe. Spannbettlaken. Ich glaube, es sind genau in diesem Farbton. Man hat sich natürlich auch, ich bin ja gerne einer, der sich im Internet informiert. Da steht ja auch alles, habe ich gehört. Welchen Farbton man genauso nehmen muss. Und dieser kam sehr, sehr, sehr gut dran. Genau. Und dann habe ich einfach mal zehn so eine Packen oder so von diesem. Also es gibt noch mehr. Also es hängt nicht alles da. Vor allem du als derjenige, der es dann auch wirklich dann auch am Rechner bearbeiten muss. Das ist egal. Man braucht jetzt nicht den teuren Spezialstoff. Nein, überhaupt nicht. Selbst das DV-Material. Wir haben ja oft DV-Material aufgenommen, was sehr zum Kienen generell ein bisschen schwierig ist. Ja, weil die Fabti nicht so geil ist. Ja, genau. Und trotzdem hat es sehr gut funktioniert. Okay. Also es ist, ja. Man muss halt bloß ein bisschen manuelle Arbeit noch investieren. Vielleicht da mal eine Maske mehr. Vielleicht dort mal ein bisschen manuell rum schwubbeln. Aber... Jetzt stehst du da ja so am Set rum und hast du dann eigentlich immer noch Einfluss manchmal darauf genommen, wie was gefilmt oder was beleuchtet ist? Weil du schon gedacht hast, ah, wir können ich das nachher so benutzen. Ich weiß gar nicht, was ich... Ich glaube, Beleuchtung habe ich immer mal ein bisschen geguckt. Aber ich glaube, ich habe kaum was gesagt. Das war mir so ein ziemlich gut von Matze. Ja. Matthias Hobrak eingerichtet. Ja. Also ich glaube, dass er im Bild, was wichtig ist, dass er eben, wenn er so rumstrampelt, man möchte ja im Hintergrund nachher etwas vorbeiziehen lassen an ihm, dass er halt gut im Bild ist, dass es halt natürlich wirkt. Ja. Wie strampelst du, wenn du runterfällst? Natürlich, also genau. Das ist halt... Eigentlich ist seine Bewegung das Wichtigste in diesem Moment, dass andere sitzt. Ich meine, wenn man sich das wünschen könnte, würde man wahrscheinlich doch am liebsten einfach eine hochauflösende Aufnahme vom ganzen Körper haben und dann selber nachher entscheiden, beim Bauen des visuellen Effektes, ist es halt etwas dichter dran oder weiter weg. Genau. Das könnte man natürlich machen, wenn man vielleicht zu TV-Zeiten eine Full-HD-Kamera gehabt hätte. Ja, auf gar keinen Fall. Ja, weit von entfernt. Dann hätte man... Genau, so haben wir eigentlich so ziemlich den Ausschnitt, der es dann auch im Film wird. Ja. Und ich sehe gerade, ich bin da schon wieder so heftig am Rumwackeln auch. Aber man kann sogar sehen, wir haben 4 zu 3 gedreht und haben uns da die Balken... Ja, ja, ja. Und man sieht auf jeden Fall, wie ich gerade so schön wild hin- und herwackele. Hat dir das eigentlich gleich Sorgen gemacht? Du hast so, oh Gott, dann ist das ja ein einziger Matschbrei. Wie soll ich da überhaupt irgendwas ausschneiden? Also es ist immer... Ich habe dann auch beim Kien gemerkt, dass immer Bewegung der Menschen immer eine gewisse Gefahr ist, weil du hast immer diesen Motion Blur, der immer sehr schwer zu kien ist. Also es ist immer ein kleines Problem, den wieder so zu behalten. Und das verstärkst du natürlich mit dem Wackeln, natürlich denke ich, auch mal nochmal ein bisschen. Aber... Also die Angst hatte ich damals nicht. Vielleicht habe ich beim Kien an sich irgendwie nicht wütend. Ich weiß immer, dass ich mir vorher immer gedacht habe, oh nee, die sind ja ja so zusammengetackert und man sieht überall die Linie und man sieht krasse Schatten und so. Ist das nicht ein Problem? Nein, nein. Vor allem, weil du es ja... Du kannst es ja ziemlich genau definieren, dass hinten diese Linie durchgeht. Sie ist ja eigentlich immer da, genau. Okay. Du kannst auch mit den... Zum Beispiel, ich mache es mit After Effects, mit den Geschichten, die dabei sind, kannst du auch wirklich, wirklich sehr gut einfach die Linie hinten markieren, dass hier eben die Linie ist, die immer da ist und dann wird sie weg. Okay. Also es ist einfach kein Problem. Und sonst, in dieser Geschwindigkeit kannst du es immer noch manuell ein wenig retuschieren. Also das ist kein Problem, genau. Kleine Linien, kleine Falten. Ja, und wir haben dem Wahnsinn dann hier noch die Krone aufgesetzt. Ich habe da mit Michael auch schon kurz drüber gesprochen bei der Ausstattungsfolge. Da wird jetzt gleich jemand sich da einige Meter in die Tiefe stürzen auf unsere professionell vorbereiteten Umzugskartons. Ja, ja. Und du klebst da jetzt so Sachen ran. Was machst du denn da? Genau, ich habe es nie benutzt im Endeffekt, aber das sind halt kleine Tracking-Marken. Und diese Dinger davon reinhören, ja. Also wenn man jetzt zum Beispiel mit dem, so heißt der ja im Film, wenn der herunterfällt von oben und man schwenkt mit der Kamera mit, dass man halt die Bewegung des Hintergrundes hat und man könnte sozusagen sehr genau den Hintergrund in dieser Geschwindigkeit wie er real vorbeiziehen würde, real einsetzen. Aber real war nachher bei dem Effekt real war nachher egal. Man hat es nachher 30 Mal so schnell. Also es hat dann eben keine, also sie sind unnütz, sie wurden nicht benutzt. Ich musste die dann eben, genau, kannst du so eine Maske drum ziehen, dass sie dann eben wegfallen, dass sie dann eben nicht mehr im Bild sind. Genau, wir haben sie nicht benutzt im Endeffekt, weil wir andere Geschwindigkeiten genommen haben. Aber es ist eine gute Referenz, damit man eben sieht, okay, so würde es jetzt an ihm vorbeirauschen, wenn man jetzt reell genau diesen Hintergrund nehmen würde und möchte. Ich meine, wir haben ja hier eine Schwierigkeitsstufe ja zumindest uns nicht noch angetan, dass wir, doch, es gibt andere Aufnahmen, ich wollte gerade sagen, mit dreidimensionalen in den Raum hineinbewegen, weil es war jetzt ja immer, dass die Kamera jetzt an einem festen Punkt war und die hat mitgeschwenkt, aber es gab jetzt nicht irgendwie, dass wir noch reingefahren sind, aber das stimmt gar nicht, weil es gab später auch andere Aufnahmen, in denen genau das passiert ist. Das können wir uns vielleicht nachher gleich mal angucken. Ja, genau. Dass das vielleicht noch kommt. Ja, und was wir jetzt auch sehen, das ist ja auch, also ist das eigentlich auf deinem Mist dann auch gewachsen? Hast du gesagt, ja, ich brauche jetzt auch noch so extra Partikel, die durch die Gegend fliegen? Ich glaube, das war von vornherein ziemlich klar. Wir hatten ja den ganzen Staub da, wir haben ja Sets abgerissen, links und rechts. Ja, das ist ja auch ein großer Spaß für alle. Ja, natürlich. Fliegen wir Balken durch und Staub, genau. Und ich habe auch sehr viel, sieht man dann auch im finalen Film, also man hat wirklich ganz viel Spaß, dann so einen Balken auszukiehen und einfach auch mal mit reinzusetzen, der da mit runter fliegt, auch der ganze Staub. Also es ist vieles, vieles wirklich dann in der finalen Version dabei. Weil eigentlich ist es ja auch schöner, wenn man quasi echten Kram hat, den man zwar müselig ausschneidet, als würde der gleich von Anfang an aus dem Computer als 3D-Animation. Ja, genau. Also der Unterschied ist ja sofort sichtbar, genau. Wobei es immer schwierig ist, so kleine, durchsichtige Dinge zu kiehen. Ja, ja, kann ich mir vorstellen. Das ist schon eine kleine Arbeit, aber im Endeffekt hat sich das, denke ich mal, alles gelohnt. Also es ist wirklich sehr schick. Ja, auch hier deine Flammen. Die kommen, glaube ich, nicht. Die hast du gar nicht so vollgekommen. Die gibt es nicht. Da bin ich ja gespannt. Seitdem, ich kriege noch einen Auftrag von Marc. Ja, ja. Aber es gibt ja schon auch die eine oder andere Explosion in unserem Film, aber das war dann alles echt. Da musst du gar nicht nachdenken. Das war, glaube ich, alles echt. Ich weiß nicht. Wir haben das ja auch mit sehr vielen Kameras zum Beispiel eine Geschichte da explodiert. Aber die finden wir jetzt nicht in deinem Ort. Nein, nein, nein. Okay. Explosionen gibt es nicht. Nee, aber was wir da zum Beispiel finden, ist der legendäre Effektgang und auch die Aufnahmen, die ihr jetzt gerade gesehen habt, wie der Hubert da runterstürzt. Das gucken wir uns jetzt alles gleich an deinem Rechner an. Also bis gleich. Bis gleich. Und da sind wir wieder. Wir sind jetzt mittendrin am Arbeitsplatz von Furan. Und Furan, du hast in dieser Vorbereitung was ganz Tolles gemacht. Du hast gesagt, pass auf Christian, du kannst ja einfach auf der Übersicht schauen, welche Effekte wir so haben und dann sagst du mir einfach, welchen du jetzt sehen willst und dann zeige ich das so ein bisschen. Guck mal, ja. Mit Notizen. Was soll ich denn damit tun, Andreas? Okay, also hier steht Furans Liste. Erstens, nee, also wir machen das jetzt mal so. Wir haben ja gerade gesehen, wie wir dieses unglaubliche Greenscreen-Teil gebaut haben, wo der Typ runterstürzt. Und jetzt würde ich eigentlich gerne mal sehen, was wird denn da draus? Also was machst du denn damit? Also wir haben den vor grün gefilmt. Jetzt sitzen wir an deinem Effektrechner und du machst jetzt was? Was passiert denn jetzt als nächstes? Und zeichne uns das am besten gleich mal. Ja, genau. Also das Erste ist, ich kann ja nochmal kurz sagen, dass ich ja hier meine ganzen Dateien dann habe. Wir haben ja... Achso, ja, stimmt, richtig. Genau, irgendwie musste ich das mal... Wie ist denn das eigentlich? Hast du da Einfluss drauf gehabt, wie das alles genannt werden muss? Das hat ja jetzt hier so... Nein, nein, nein. Das hat... Green-Zeug. Ja, ja, ja. Green-Zeug. Immer wenn Green steht, weiß ich hier. Green, Green-Feld, Green-Sprung, Green-Tasche. Das ist für mich. Alles klar. Alles andere interessiert mich nicht. Und wie, hast du selber denn noch irgendwie so eine oberschlaue Liste, bei der du den Überblick hast oder du hast das so im Blut? Ich ziehe mir den mal rein in After Effects, gucke, was funktioniert. Die anderen fliegen wieder raus. Genau, also ich habe da wirklich keine Liste. Im Endeffekt bleiben von diesen Sachen, die man hier hat, bleiben dann vielleicht nur drei, vier gute übrig. Jetzt zum Beispiel hier, weil ich gerade auf der 16 stehen, können wir mal kurz gucken, was Green-Zeug 16 macht. Ein Balken. Fantastisch. Der auch vorkommt. Genau. Und dann habe ich eben, genau, dann gibt es eben den Huber, der herunterfällt. Ja, sagst du mal. Ah, das ist noch unsere... Ja. Ach so, verstehe ich genau. Ein nicht so gelungener Tick, wo wir dicht an ihm dran sind und er eben wackelt. Und ihr habt das quasi das einmalige Vergnügen, dass ihr erstmalig wirklich Bilder aus dem tatsächlichen Film seht, allerdings natürlich noch in so einer frühen Form. ähm, ja. Und, äh, ich bin jetzt auch mal, im Moment einmal kurz gucken. Genau. Da haben wir jetzt hier, im Moment einmal, ich glaube, es sind jetzt alles diese Closen, die ich jetzt hier habe. Ja. Die sind nicht. Ich wollte noch einmal einen weiteren haben. Ja, du hast kein Problem, ich trinke das. Green Sprung, Achtung, Achtung, wir haben hier noch Green Sprung. Ich glaube, hier haben wir schon einmal eine andere Perspektive. Krass. Hier sehen wir auch die Tracking-Marken. Ja, die du nicht gebraucht hast. Die ich nicht gebraucht habe, wenn jetzt genau, es gibt eben noch Aufnahmen, wo mitgeschwenkt wird. Ja. Wo sie dann, wo möglich hätten, zum Einsatz kommen können, was dann eben nicht passiert. Also das kann man mich mal ganz klar so sagen. Genau. Wir haben, ganz kurz, wir haben gefilmt, 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 so ganz genau, wie die Szene aussehen sollte, wussten wir nicht, oder? Nein, nein. Das ist dann im Endeffekt in der Post entstanden. Das ist ganz schön gefährlich, Aber für dich ist das doch eigentlich der Horror. So, Florian, wir haben jetzt hier ganz viele Aufnahmen für dich. Wir gucken mal, was, ich meine, wir hatten, hatten der Regisseur jetzt vorher schon festgelegt, welche Aufnahmen von denen verwendet werden? Nein, nein, das haben wir. Der hat gesagt, du mach mal, mach mal Deckendurchbruch, so. Genau, es gibt, ich möchte auch noch mal sagen, dass Mark ja auch ein, eigentlich auch ein sehr toller Effektarbeiter ist. Okay. Es gab von ihm, bevor ich mich herangesetzt habe, gab es von ihm ein Layout, wo er schon angelegt hat, wie diese Deckenstürze aussehen. Ah, okay. Auch schon vom Timing. Okay, das heißt. Genau, ich habe im Endeffekt die schönen Shots rausgesucht. Ich habe im Endeffekt den Staub drüber gemacht, die Balken drüber gemacht, mitgeschwenkt, Motion Blur, also all diese Geschichten, die halt passieren. Okay. Wenn du eben einen Green Screen Sturz machen möchtest. Und genau, also im Endeffekt habe ich hier eigentlich alles, was Mark mir als Timing Layout, gegeben hat, verbessert, hoffe ich. Das beruhigt mich ja, wenn er schon beim Dreh nicht genau gewusst hat, aber im Schnitt hat er dann schon sich einen sehr klaren Plan gemacht. Sehr, ja. Genau, genau. Es gibt, glaube ich, keine anderen Szenen, wo das so war, aber beim Deckensturz habe ich halt ein sehr gutes Timing gekriegt von ihm, wie es aussehen sollte und habe dann eben daran gearbeitet. Genau. Und die Schwierigkeit ist dann eben, wie viel Spaß hat man dann eben, wie viel Zeug mache ich drüber, da noch ein bisschen Staub, da noch ein bisschen mehr Steine, die runterfallen. Wir haben ja alles aufgenommen, was man irgendwie schmeißen konnte, was eben drum lag, ja. Jo, was wäre der nächste Schritt? Wir gehen jetzt mal ins Programm und gucken an, wie das aussieht, wenn du die Sachen zusammensetzt. Wir können, genau. Ich glaube, ich habe im After Effects noch was anderes. Das ist noch eine andere Geschichte. Genau, das ist im Rahmen, mit dem man diese Effekte machen kann. Ich erzähle das mal kurz. Das ist quasi jetzt für, ihr müsst euch technisch eigentlich gar nicht genau auskennen. Wir wollen euch einfach nur mal einen Eindruck geben, was hier so passiert. Den Gang, den können wir nachher noch mal zeigen anhand der Greenscreen-Szenen. Ja, aber den Gang müssen wir nachher auch gleich noch mal erklären. Das wissen die Zuschauer, glaube ich, noch gar nicht. Genau, ich mache mal. Weil alleine hier drauf, mach du mal. Genau, ich gehe mal jetzt in den, in den. 20 Effekte, alleine bei Furan hier. Und du bist ja nicht der Einzige, der Effekte macht. Auch andere sind noch beschäftigt gewesen, Sachen umzusetzen. Ja, ja, ja. Also genau, es ist noch was anderes passiert. Genau, ich kann jetzt mal, einfach mal, wir haben ja einmal vorhin gesehen, den Huber, wo wir ihn so dicht gesehen haben. Ja, stimmt. Genau, und jetzt ist einfach schon mal eine Kompost-Szene, man sieht hier vorne, werden dann in der Bewegung, fliegen Teilchen vorbei, hinten ist was, wir haben eine Wand, es gibt eine Lichtreflexion auf ihm drauf, auch noch so ein bisschen vorne. Sag mal, weil ich, also der Klugscheißer, wenn ich jetzt hier mal auf, gibt es hier nicht die Möglichkeit, dass ich da jetzt mal draufklicke und dann sehe ich das nochmal an seiner originalen grünen Version? Nein, sehe ich nicht. Theoretisch sollte es funktionieren. Ich habe jetzt einfach ... Genau, genau, ja, du hättest es sehen können, aber ich habe es leider schon verschoben. Genau, ich hatte es mal aufgeteilt, genau, du siehst es leider nicht, wie es im Preview aussah. Aber vielleicht können wir das noch finden. Kein Problem. Genau, also das ist jetzt nicht möglich. Genau, und so habe ich, genau, es gibt sozusagen acht Greenscreens ziehen. Ich möchte jetzt auch zum Spoilern nicht durch alle durch. das ist okay. Genau, und es gibt halt auch hier nochmal, wir können ja gleich nochmal die erste nehmen. Was es hier zum Beispiel gibt, ist, genau, man sieht es jetzt, wir haben nachher die Balken drauf. Ah ja, okay. Es ist halt eben der Huber, der von oben herunterfällt. Wahnsinn. Genau, und eigentlich ist es nur ein Foto, was man eben mitschwenken tut. Ja. Also jetzt ist es sehr langsam von der Berechnung. Ich gehe mal kurz ein bisschen runter. Ja, das ist halt ein bisschen Vorschau. Genau, und es fällt Staub runter. Es fällt, so haben wir es, wie man sieht, hier vorne hat er Staub. Ja, vielleicht das nochmal jetzt in voller Auflösung, das wird nochmal schön knackig. Ja, es gibt auch noch eine Szene, wo er hinter dem Gelände langfällt. Genau, es ist halt unser digitaler Huber, der hier, äh, unser echter Huber. Genau, der echte, der im Digitalen. Im digitalen Feld, ja. Durchstürzt. Genau. Ja, also davon gibt es dann, und dann kann ich noch, mache ich nochmal, damit wir das haben, auch nochmal eine, eine totale an. Ich glaube, das müsste jetzt eine der nächsten sein. Genau, hier fällt er zum Beispiel durch, dann fallen ihm hier so ein paar Sachen hinterher. Also, das ist aber nicht maßstabsgeträcht. Vor allem, es ist, ja, es ist ein großer Spaß. Ja. Vielleicht muss ich auch noch ein bisschen was überarbeiten, es ist, dieser Effekt ist von Marc noch nicht abgenommen, ich darf ihn, glaube ich, vielleicht noch nichts halten. Darf ich ja sowieso nicht, wir machen das. Ja, genau, das ist es, ich kann auch noch kurz einmal in eine Szene reinklicken, damit man sieht, genau, also hier sieht man dann eben die Layer, die ich habe. Ja. Zum einen dann eben, haben wir hier den Hintergrund, dann, zum Beispiel gibt es einen Schatten, wenn er fällt, ist hier ein Schatten, der sich spiegelt. Und ganz kurz, was sind das für Pfade, die dort jetzt so lang laufen? Genau, ich habe den Huber eben noch animiert, dass er halt genau, er fällt ja, wir haben ja eine Kamerabewegung gehabt, ja, aber damit es etwas realer aussieht, musste ich ihn in diesem, in diesem Geländer, in diesem, in diesem Treppenhaus auch noch ein bisschen animieren, genau, dass er halt ein wenig geschickt umherfällt. Ja. Und größer wird, eskaliert sich vor allem auch, dass wir dann eben. Warum ist das eigentlich immer grün, der Hintergrund? Also die Idee ist ja, dass man dem Computer sagt, da alles was grün ist, nimm das weg, mach das durchsichtig und ich zeige stattdessen eben diese Fototapete, die du da gebaut hast. Ja. Aber warum ist das grün? Warum ist das nicht rot oder? Weil man eben davon ausgeht, dass, also ich glaube, es ist wahrscheinlich sogar bewiesen, dass dieses Grün halt eine Farbe ist, die am wenigsten vorkommt. Okay. In allem, was man trägt, was du siehst, es ist halt so speziell. Hätte der jetzt ein grünes T-Shirt, wäre das auch durchsichtig. Wäre es doof, ja. Du könntest, genau, du könntest es vielleicht noch irgendwie maskieren, dann in After Effects und irgendwie rausnehmen. Genau, und hier sieht man eben, genau, seine Tasche fluckt noch extra, sieht man jetzt hier leider nicht so genau, dass wir eben, dass ich eben eben noch seine Tasche rangebastelt habe. Weil wir zu blöd waren, weil wir so blöd waren, das zu drehen, ja? Wir haben es vielleicht auch sicher, genau, es war halt schwierig, ihn immer mit einer Tasche dran runterfallen zu lassen. Weil er sich so blöd hat. Und deswegen, man sieht es jetzt ein bisschen genau, es ist verblört hier. Das ist sehr verrückt, ja. Und jetzt hat er eben noch seine Tasche, die dann eben auch noch mit drauf liegt. Dann ist es hier nur Staub, nochmal so eine Staub-Effekte. Also hier ist nicht viel Staub und so drauf. Also wir haben noch Szenen, wo dann auch mal noch ein bisschen mehr sind. Aber nur mal, um sich das mal zu visualisieren. Das ist jetzt die Staub. Kannst du diese Ebene mal bewegen, dass man einfach mal so ein Gefühl hat? Ich weiß gar nicht, welche das jetzt ist. Oh mein Gott. Hier ist es drauf. Ah ja, okay, ah ja, okay. Ihr seht hier, Staubebene ist jetzt da. Ah ja, okay. Großartig, da macht es ja viel mehr Sinn. Gut, dass du mich da hast. Ich könnte dir noch ein paar Tipps geben. Ich speichere das mal so ab. Von mir ist es fast schon abgenommen. Sag ich Marc denn auch. Du, weil wir das gerade so mit dem Abnehmen haben. Ich finde das gerade interessant, du lebst in Berlin und arbeitest in Berlin und Marc lebt aber in Rostock. Und das heißt, ihr müsst dann ganz oft, dann schickt ihr euch hier so Post oder was? Oder wie läuft denn da der Informationsfluss? Also meistens, wenn ich sehr gut bin, kriegt, genau, habe ich das auf dem Zettel gehabt, habe Marc das gemacht, habe Marc das geschickt, übers Internet. Internet macht immer ein großer Erfolg. Achter Gott sei Dank, dann haben wir das Internet. Ich habe ihm das dann eben hochgeladen und wenn ich gut war, hat Marc es abgenommen und gesagt, das ist toll so. Aber meistens bei großen Effekten ist es so, dass du zuerst so eine Timing-Version machst, dass man sieht, okay, das passt jetzt vom Timing und dann am Effekt arbeitest, den immer ein bisschen verschönnest, immer verbessert, bis es dann irgendwann toll ist. Also zum Beispiel gibt es halt Szenen, die man dann eben zweimal auch zurückkommt, bekommt oder dreimal und sagt, okay, das funktioniert nicht, weil ich arbeite ja allein. Ich habe ja auch keiner, der mir über die Schulter schaut und sagt, das ist doof und manchmal verfrickelt man sich in Sachen. Du, ich kann öfter vorbeikommen, dann kann ich dir das sagen. Schau mal, Andres, das sind jetzt Sachen, die gibt es ja quasi, also das wurde alles irgendwie mal gefilmt und dann hast du es jetzt einfach übereinander geschichtet. Gibt es eigentlich in dem Film, Rage on Stage, auch Szenen, die es quasi gar noch, also die wir nie gedreht haben, im Sinne von, dass du sie komplett kreieren musst? Also ich weiß ja vielleicht, worauf ich hinaus will. Ich weiß ja, dass du... Ich bin mir ein bisschen unsicher, Christian. Ja, ich weiß, dass du auch mit 3D so Sachen gebaut hast. Ja. Zum Beispiel in dem Film gibt es auch, kann man das sagen, eine Falle. Ja, du, Leute, wer sich das hier anguckt, wer jetzt immer noch zuschaut, also ihr kriegt jetzt das ein oder andere Detail aus dem Film verraten, das geht jetzt nicht anders. Also wer jetzt das nicht hören will, muss jetzt ausschalten. So, was gibt es da für eine geile Falle? Also es gibt eine geile Falle in Form eines Taschenmessers. Geil. Ja, vielleicht müssen wir ja gar nicht mehr sagen. Ich muss gar nicht viel sagen, genau. Aber nur mal, dass wir einmal so einen Blick drauf werfen, was das heißt, dass du als 3D-Grafik sowas baust. Genau, also ich arbeite hier im Cinema 4D. Ich habe das schon mal auf, genau. Das ist zum Beispiel, vielleicht lasse ich nicht die ganze Animation, das sind hier unsere einzelnen Messerteile, die ich alle schön, hoffentlich schön animiert habe, genau. Und es gibt halt eine Szene, die beginnt so, da kommt so ein Taschenmesser runter. Und dann geht es immer weiter. Mehr wollen wir vielleicht noch gar nicht zeigen. Oh! Oh, oh, na. Ja, genau. Das eben gehört auch noch dazu. Das wird dann eben auch wieder rausgerendert in After Effects, in die Szene angepasst, die wir damals, damals waren wir auch noch sehr, man hat ja auch viel gesehen in dem Making-ofs, ich weiß, wir hatten sogar noch mit einem Metallball, mit einem silbernen Metallball gearbeitet, weil dieses Messer wird ja in eine Szene eingefügt, die wir schon gefilmt haben, nur ohne das Messer. Also der Background für das Messer ist ja da, ist ja gefilmt worden an dem Ort und wir hatten damals noch so einen Metallball, so einen Silbernen, den wir dort abgelegt haben auf dem Boden, in dem sich dann die Umgebung gespiegelt hat. Ja. Wo braucht man das? Was wird man damit tun? Und genau, wenn man das jetzt in hoher Qualität rausrennen würde, ich habe hier sozusagen eine Umgebung, einen Ball, man sieht ja auch noch ein bisschen, das hier kommt so vom Licht, rumgelegt, der sozusagen diese Umgebung als Textur hat. Das heißt, dieses Messer sollte im besten Falle die Umgebungsbeleuchtung haben, die wir auch dort vor Ort hatten. Okay. dass das Licht des Messers sich matcht mit dem Licht, das wir damals da hatten. Deswegen haben wir bei mir nur so, das ist so, was man in den großen Making-offs, der großen Film, also hier ist so Metallball, so Metallball im Baumarkt gekauft, zusammen mit dem Kompressor. Oder, ja. Ja. Genau, weil das, weil sonst würde das Messer gar nicht aussehen, als wäre es wirklich dort gewesen, sondern halt würde... Genau, genau. Man erleichtert sich einiges, indem man dann vor Ort, wir haben dann auch eben uns immer aufgeschrieben, mit welchen Brennweiten wir das gefilmt haben. Ja. Dadurch kann man eben auch hier im Programm sagen, welche Brennweite, und dadurch gibt es halt diese Verzerrung, diese Verkrümmung, wenn du mit Weitwinkel hast, dass sich das dann mehr wölbt, und dadurch passt sich das dann eben korrekt ein. Ja. Das ist zum Beispiel genau ein, es gibt auch noch eine andere Szene, die komplett entwickelt werden musste, also da gibt es ja noch ein paar Blumen, die so ein bisschen... Ja. ...wachsen, ja. Das willst du aber jetzt... Nein, nein, das brauchen wir nicht, genau, genau, wir haben jetzt... Okay, okay, jetzt haben wir also schon mehrere Programme gesehen, und vielleicht, vielleicht lass uns mal jetzt, wir nennen es intern, also haben es bei den Dreharbeiten schon mal gesagt, den sogenannten Effektgang, weil es gibt da ja eine Szene in dem Film, wo, also das jetzt vielleicht, nur, dass man das grob versteht, was diese Szene soll, es geht von der Gegenwart aus, gibt es quasi eine Reise in die Vergangenheit, und da bewegen sich zwei Figuren auf einem Gang, und plötzlich sind sie nicht mehr in der Gegenwart, sondern viele, viele Jahre in der Vergangenheit, und damit das alles in einer Einstellung zu sehen ist, wie man plötzlich von der Gegenwart in die Vergangenheit springt, gibt es dort einen ziemlich aufwendigen Effekt, so... Ja. Besser kann ich das jetzt gerade gar nicht zusammenfassen. Ich weiß, als wir das gedreht haben, habe ich mir so heimlich, während ich so hinter der Kamera stand, gedacht, das wird nie im Leben irgendwas. Ja. Und du hast das wohl Wunder jetzt vollbracht, oder? Ich meine, da haben sich ja so einige Leute jetzt schon die Zähne dran ausgebissen, und... Ja, ja, es wurde auch einmal abgelegt schon, aber es ist im Endeffekt, genau, haben wir ja, das hast du vorhin gesagt, wir haben ja einen alten, einen neuen Gang gehabt, und Leute vor Green Screen. Ja, zeig mal. Und wir mussten sozusagen drei Ebenen matchen. Und genau, weil... Also quasi passgenau übereinander liegen. Und ich mach das mal einfach an, unsere erste Versuch, genau, zum Einmal gibt es dann eben den Gang im Neuen. So. Ah ja. Und die Aufnahme läuft, und die Fahrt, genau, ein sehr schicker Gang, und hier die Fahrt. Genau. Ja, ist doch. So. Das soll ja die Vergangenheit sein, genau. Und dann haben wir den Gang alt, ich nehme auch gleich den ersten, weil die sind manchmal auch noch ein bisschen schwieriger. Genau. Das ist die düstere, furchtbar aussehende Gegenwart. Das ist der alte Gang, genau. Und hier haben wir auch die Fahrt. Ich spule noch ein bisschen vor, also damit noch sieht, die Fahrt geht auch weiter, ne? Das ist jetzt vielleicht ein bisschen, langsam, aber es ist halt eine Rechte. Ja, ja, verstanden, ja. Je nachdem, wie lange man es braucht, eine lange Fahrt, genau. Und dann haben wir eben in verschiedenen Einstellungen, weil wir noch nicht wussten, wie wir es nehmen, den Rot und den Huber im Gang vor Greenscreen. Ich mach einfach mal diese hier an. So. Da sieht man, das ist ehrlich, genau. Ein bisschen vorspielen, damit wir das in Bewegung haben. So. Ja, okay. Okay, und ich verstehe, das Grün ist jetzt, damit man die Leute gut ausschneiden kann, damit sie vor Alt und Neu genauso laufen können. Genau. Hätte man denn nicht auch was Grünes vor den Füßen gebraucht eigentlich, wenn ich das gerade so... Deswegen, genau, deswegen haben wir die Einstellung auch aus Faulheit dann auch nicht mehr genommen. Ah, okay. Man könnte es nehmen, aber man müsste halt um die Füße eben eine Maske ziehen. Okay. Genau. Und deswegen haben wir dann eine von denen, glaube ich, hier genommen. Damit man denn die Füße nicht sieht, oder was? Damit man hier die Füße... Ah, ich verstehe. Und dann haben wir irgendwie den Gang. Ja, das ist schlau. Genau. Es ist ja so, wenn das jetzt eine dicke Hollywood-Produktion wäre, dann wäre das jetzt eine computergesteuerte Kamerafahrt, die Millimeter und Sekunde für Sekunde ganz exakt wiederholt werden würde. Mit den Leuten, mit den Greenscreen, Alt, Neu, so dass sie von alleine automatisch raufpassen. Das hast du jetzt von Hand zusammengeschraubt. Kann man sich das irgendwie mal angucken, wie du das irgendwie hinbekommen hast? Genau, also es ist schwierig, das zu sehen. Ich kann das trotzdem mal... Ja, aber vielleicht nur, dass man mal so eine Vorstellung bekommt. Äh, Burning Edition. Ja, genau. Kann ich auch noch sagen, es gibt auch verschiedene... Vielleicht mache ich einfach mal eine Variante an. Die ist so in dem Film nicht. Das finde ich eine sehr gute Idee. Eine erste Testvariante, die ich an Marc geschickt habe, weil da sehen wir das dann... Und die abgelehnt hat. Ja, ja, ja. Das ist doch super. Eigentlich müsste ich... Ja, du könntest jetzt einfach alle Aufnahmen zeigen, die abgelehnt worden sind. Und die Leute werden sagen, was, die war doch super. So, dann gehen wir... Ich habe nämlich einmal den Arbeitsordner und einmal den Ordner mit den Daten von Marc. Das wäre mal eine Idee für rausgeschnittene Szenen auf DVDs. Immer die abgelehnten Effektszenen. So, genau. Und das ist schon die neue Magic. Ja. So. Ich war nachher auch schon wütend und habe dann auch Alter davor geschrieben, wenn ich das Marc da hochgeladen habe. Scheiße. Und das ist ja auch wirklich so, du lädst ihm das dann hoch, er lädt sich es runter und dann telefoniert er miteinander. Ja, ja. Das ist natürlich auch eine selten Beschiss. Also ich meine, so sozial, emotional ist das schon scheiße, sich darüber auszutauschen, oder? Ja, aber wir telefonieren sehr lange und ich glaube, wir verstehen uns vielleicht auch ein bisschen so, dass es nicht schwierig wird. Aber ich meine, wenn er hier gewesen wäre, wäre es wahrscheinlich trotzdem noch was anderes. Ja, ja. Man hätte wahrscheinlich noch vielleicht ein bisschen mehr direkt vor Ort mal was machen können am Rechner. Ja. Könnte Marc jetzt, könnte hier sitzen und... Ja, könnte aber. Wo bist du, Marc? Der ist schwer beschäftigt mit der Premiere. So, ich mache mal die Version an. Also es sieht, im Endeffekt wird es ganz anders aussehen, die ich hier wiederbekommen habe. Wow! So, das ist eine Version, die einfach nur, ja. Kannst du die gleich nochmal abmachen, bitte? Es ist einfach einfach, es blenden sich einfach nur Sachen über, es wird was drüber gezogen, aber man sieht eben, dass es sich schon irgendwie matchen muss. Ja. Also das ist dann... Ich meine, es ist, ich merke gerade so, es ist, also jetzt bin ich voll im Regie-Modus, es ist halt zu doll, es ist viel zu viel Silvester, und Weihnachten gleichzeitig. Genau, es ist auch von der Stimmung, stimmt es auch nicht. Ja, ja. Als Marc gesagt hat, genau, entweder hat man Magic, entweder hat man irgendwas. Ja. Genau, aber das ist eben... Aber trotzdem sehr eindrucksvoll, weil jetzt das Übereinanderlegen der Ebenen sehr überzeugen geradeaus. Genau, also man muss viel, also es matcht sich nicht wirklich immer, also man muss ein bisschen drücken. Ich habe es hier noch einmal ein bisschen heller, deswegen noch einmal die hellere Version hier. Und ja, genau, also das ist dann eben... Und daran musste eben noch ganz viel gearbeitet werden, damit wir jetzt die Version, die man jetzt nicht sieht, bekommen. Und jetzt gerade sehe ich auch, also die Menschen, die jetzt gerade zu sehen sind, sind in Wirklichkeit nicht in diesem neuen Raum, weil eigentlich ist der Hintergrund, ist der Leere, ne? Ja, ja, genau. Also diese Menschen, ja, sind auch nicht in diesem Raum. Ja, da fällt es mir eher auf, jetzt in der hellen, in der aufgehellten Version, aber in der hellen finde ich es ganz kurz ziemlich überzeugend. Bevor es dann auch nicht mehr, naja, das ist... Ja, 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 ja. Wenn man gelangen hat, ist das eigentlich so, dass wenn du jetzt im Kino die dicken, fetten Produktionen siehst, fällt dir dann manchmal was auf, also was sonst keinem auffällt? Einfach, weil du so diesen Blick hast, weil, ah, da ist es noch so ein bisschen schmutzig im Ausschnitt oder irgendwas? Also man sieht ganz oft die Masken. Ich kann zum Beispiel 300 nicht mehr gucken, weil, vor allem im HD nicht, weil die Masken nur am Schwurbeln sind, in den Köpfen und drumherum, also es ist ja komplett... Weil die ganze Menge... Genau, genau. Und das ist immer so dieses... Also was einem auffällt nicht viel, man freut sich auch über viele Sachen, sind einfach die Masken. Weil Masken um Köpfe, um Haare ziehen, das hat man oft genug gemacht, das funktioniert ja nie wirklich so gut. Es ist immer irgendein komischer, weicher Effekt, der da drauf fliegt. Das ist eigentlich das, was am meisten auffällt. Okay. Das dann eben, genau. Die Masken um die Menschen ein wenig unsauber schwurbeln. Ja, schwurbeln. Ja. Fugan, du, ich könnte das jetzt noch eine kleine Ewigkeit mit dir machen, aber eigentlich ist die Zeit für die heutige Folge schon wieder rum. Gibt es noch was, was du unbedingt zeigen wolltest? Was wir jetzt leider verpasst haben? Also es gibt noch ein, zwei Sachen, die ich ein bisschen mag, zum Beispiel so eine kleine Set-Erweiterung und so. Ja, 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 ja. Achso, dürfen die doch nicht zeigen, ne? Aber eigentlich, nee, ich weiß auch nicht. Ich glaube, ich kriege dann noch einen Anruf von Marc. Wir machen das so. So, wir stoppen jetzt die Aufnahmen und du zeigst mir die jetzt. Ich will die unbedingt sehen. Ja, ja. Und, ja, wird also, ob er das noch alles schafft bis zur Premiere. Davon will ich jetzt noch mal kurz reden. 5. Februar soll es jetzt allen Ernstes so was sein. 5. Februar 2016. Ja, also wenn man auch noch sieht, dass manche Effekte auch noch ein bisschen, also ich arbeite ja auch viel. Genau, achso, wir können es ja mal sagen, also ihr seht die Aufnahme jetzt wahrscheinlich ein, zwei Wochen nach, dem wir hier fertig sind. Das ist jetzt, was haben wir heute den 28.12. Ja. Das ist krass. Aber du bist gute Dinge. Also ich bin noch, es gibt viele Korrekturen. Marc hat nach Weihnachten auch nicht mehr mit mir geredet. Also ich weiß nicht, ob vielleicht was noch passiert, ob er wieder wund ist. Also es ist, also ich sitze auch noch dran. Es gibt auch noch viele Effekte, die noch ein bisschen unzufrieden mich zurücklassen. Okay. Und ich weiß nicht, ich hoffe, es gibt ja noch die Farbkorrektur drüber, über die Effekte. Es gibt noch viele Sachen. Ja. Ich, wir hoffen das Beste. Andreas, vielleicht muss ich noch mal wieder zu dir kommen. Also mir gefällt das echt gut, diesen Einblick zu bekommen, weil ich weiß ja auch, dass du mit ganz viel Blut und anderen Sachen noch ganz viele wilde Sachen gemacht hast. Stimmt. Schreibt uns doch bitte mal in die Kommentare, wenn ihr mehr von Andreas Effekt Sachen sehen wollt, dann mache ich das auf jeden Fall. Wenn das hier keinen Schwanz interessiert, dann brauche ich das auch nicht machen. Also, abonniert Rage on Stage, die Zombie-Filmschule und ich hoffe, wir sehen uns alle zu der Filmpremiere und auf jeden Fall nächsten Freitag gibt es schon wieder eine neue Folge. Ja. Bis dann. Ciao. Tschüss. hier sind Acce, hier ist du mit mir,